Captain of the Guard Ist ein adäquat Leader, aber deswegen sollte der eigentlich Major werden Ok Wie läuft es eigentlich hier, prepare five minutes and drink from plant, können wir auch... Ne Ich finde es auch interessant, dass hier nichts... Obwohl wir hier noch leere Bins haben müssten Ok, Unloading the Goods ist gut Tasks Machen wir noch mehr Bins Machen wir noch mal 30 Gut Klee nehmen wir euch mal ab Holz brauchen wir jetzt nicht unbedingt, eine Pig brauchen wir auch nicht Ich nehme euch das Schild ab Aber dann werfen wir erstmal was in den Pott Und selber rein KLEIN Sagen wir mal so, das reicht erstmal, was wir da reingeworfen haben. Ich nehme euer ganzes Leder, was ich hier verkaufe, die beiden. Klopf nehme ich auch mal. Einen. Das ist alles Klochenleder, Meat. Ach, warum nicht? Fleisch ist Fleisch. So ein bisschen. Noch ein bisschen Jagd und ein bisschen Loosmeet. Makrelen. Panschowis, ein bisschen Fisch ist immer gut. Noch ein paar Kohlköpfe, ein paar Radieschen und Kartoffeln. Ich glaube aber, die müsste ich eh erst verarbeiten. So, nehme ich gerne alles. Auch alle eure Blackberries. Kohlköpfe, übernehme ich auch gerade. Kuhkäse, ein bisschen, noch mehr Kuhkäse. Und Jagdkäse. Damit wir wieder ein bisschen even sind, habe ich nochmal was in den Pod. Und so, dass wir ungefähr bei 50-50 sind. Let's like trade. Wonderful, thanks for your business. Weg. 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 Was macht ihr Jungs gerade? Dodging Demonstration, gut. Jetzt wollte ich doch noch mal gucken, was für Settings. Ja, Archery Range. Jetzt haben wir wenigstens alle schon mal Armbrüste. Es fehlt aber noch Munition. Muss ich... Nö. Jetzt ist er auch wieder richtig equippt. Neben beiden fehlen noch hier Quiver. Nö. Nö. Gucken wir mal kurz... Pop-ups... Golds... Revenations... Schädel... Mh-hmm. ... 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